Willkommen zum DAX-Check liebe Zuschauer. Hallo Thomas. Ganz knapp war es gestern. 12.999,84, das war das Tageshoch, also ganz knapp unter 13.000 Zähler. Er hat es dann nicht ganz geschafft. Heute scheint er jetzt auch nicht den Mut, den Schneid zu haben, in die Richtung sich weiter zu bewegen. Genau, heute geht es ganz schnell. 0,6 Prozent knapp das Minus jetzt, 12.856, also doch erstmal nichts mit 13.000. Gut, das ist jetzt auch nicht allzu weit entfernt, aber zumindest scheint es jetzt im ersten Anlauf heute erstmal in die andere Richtung zu gehen. Ja, das sind ein paar kleinere Gewinnmitnahmen, die wir hier sehen. Gestern, wie gesagt, der dynamische Ausbruch über diesen Widerstandsbereich bei 12.842. Ja, wir sind danach auch long eingestiegen aufgrund dieses Signals. Ja, 13.000 hatten wir aber auch gesagt, ist natürlich eine Marke, die es nicht so leicht zu durchbrechen gilt. 13.000 einmal horizontal, wichtig. Wir sehen hier hinten schon mal die Tiefpunkte. 13.000 psychologisch, Tausende haben einfach diese Wirkung. Anfang Juni ging es massiv durch diese Linie, aber wie wir gesehen haben, hier dann im weiteren Verlauf doch immer wieder Auflagepunkte. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch im Bereich 13.000 passieren. Grundsätzlich sehe ich schon das Potenzial, dass wir diese Hürde durchbrechen. Und dann hier in dem Bereich 13.230 diese Gap-Kante mal anlaufen. Perfekt wäre natürlich, wenn wir dieses Gap dann in den nächsten Wochen schließen. Und dann wäre eben die nächste Hürde das Allzeithoch bei 13.795 auf Intraday-Basis. Also, dass wir jetzt heute Gewinnmitnahmen sehen und er wieder sich in diese Region 12.840 bewegt, ist jetzt nicht dramatisch. Nein, also wenn wir jetzt nicht massiv wieder unter diese Linie fallen, dann sind es mal kurze Schwankungen. Wir wissen ja alle, dass es nicht linear nach oben geht, dass es immer wieder leichte Rücksetzer gibt. Man muss halt schauen, dass man hier dann nicht ausgestoppt wird bei diesen Rücksetzern. Apropos, wir schauen auf das Produkt. Du hast es ja schon erwähnt. Das wollen wir auch nochmal dem Zuschauer zeigen. Gestern Nachmittag, ich weiß gar nicht ganz genau, wann habt ihr es auf jeden Fall gekauft. Genau. Es ist leicht im Minus. Klar, wir sind jetzt etwas zurückgekommen. Der Kauf war im Bereich 12.920, 12.930. Wir sind jetzt leicht schwächer. Ja, ich denke mal schon, dass wir in den Bereich 13.2 gehen können. Das wären 400 Punkte vom aktuellen Niveau aus. Also wären wir dann so bei 11 Euro. Gucken wir nochmal ganz kurz zum Abschluss auf die DAX-Tafel. Gerade waren es ja 0,6 Prozent. Gut, ein bisschen mehr geworden. 0,74 im Moment. 12,834. Dankeschön für heute, Thomas. Wir sehen uns aber morgen nochmal wieder, dann am Freitag zum DAX-Check um 9 Uhr. Bis dahin.